ja grüß euch das ist jetzt gerade ein kurzes video und das ist jetzt gerade für Gäuser oder Ischel oder keine Ahnung, wenn es noch bei uns gefällt. Ich bin jetzt gerade auf dem Spazierer, ich drücke dann herum und der Schnee geht ja überall schon wieder zur Neugier, aber da herum also der Bade ist richtig gut genannt, das geht nicht besser sage ich, ich schwenke jetzt ein wenig, hoffentlich sieht man es. Ich warte es auch nicht ganz oben und auch noch nicht ganz unten, aber ich glaube, dass es überall so ist, also wenn es euch gefällt, dann kannst du auf jeden Fall gleich, heute ist, was haben wir für ein Datum, keine Ahnung, irgendwas mit Mitte Dezember, Weihnachten war noch nicht und ja, das war jetzt gerade zu deinem Video, also wenn es euch gefällt, kommt zusammen, jetzt schaut euch, bravo schaut euch, die Glaser und so geht es eh wahrscheinlich schon wieder nicht, das haben sie wieder gebeten, sondern gut, das war es für euch.